Liebe Zuschauer, in der Jagdwelt war wieder einiges los. Herzlich willkommen zu den DOZ-News. Rein in die Tonne und neu machen. Das ist die Empfehlung des Brandenburger Landesjagdbeirats zum Referentenentwurf der Landesregierung für ein neues Jagdgesetz. Das Papier lasse jeglichen juristischen und gesetzgeberischen Sachverstand vermissen. So würden Begrifflichkeiten willkürlich und widersprüchlich verwendet. Die im November 2020 unterbreiteten Vorschläge des Forums Natur seien zudem nicht berücksichtigt worden. Der Jagdbeirat empfiehlt zur Überarbeitung ein dialogisiertes Format unter neutraler Moderation. Und nun zu einer positiven Meldung. Auf Deutschlands Feldern und Wiesen leben durchschnittlich 16 Feldhasen pro Quadratkilometer. Der Wert für das Frühjahr 2021 ist einer der besten seit Beginn der bundesweiten Zählungen vor 20 Jahren. Seit 2017 steigen die Hasenzahlen nach einem zwischenzeitlichen Tiefstand kontinuierlich an. Die meisten Feldhasen leben im nordwestdeutschen Tiefland mit 25 Stück pro Quadratkilometer. Im nordostdeutschen Tiefland dagegen sind es nur sechs pro Quadratkilometer, der niedrigste Wert für Deutschland. Beim Landesjägertag des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein erhielt die Jägerschaft Rückendeckung vom Ministerpräsidenten Daniel Günther. Er bedankte sich bei den Jägern für ihr ehrenamtliches Engagement und versprach im Falle einer Wiederwahl auch weiterhin hinter den Jägern zu stehen. Es gäbe noch viel zu tun, beispielsweise mit Blick auf die nahe ASP sowie den Wolf. So sah es auch der wiedergewählte Landesjagdverbandspräsident Wolfgang Heinz. Er sagte unter anderem, Schleswig-Holstein ist kein Wolfsland. Nachdem im Oberwesterwald die Überreste eines Rehkadavers gefunden wurden, ermittelt die Polizei Rheinland-Pfalz. Das Stück war in einem Müllsack in einem Waldgebiet nahe der B8 im Bereich Hartenfelserkopf abgelegt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von Jagdwilderei aus. Der Ablagezeitpunkt wird auf Donnerstag den 7. April bis Freitag den 8. April 2022 eingegrenzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden. Auf einer Pressekonferenz haben die österreichischen Grünen dargelegt, wie sie sich den Umgang mit den Wölfen vorstellen, die zunehmend im Gebirge zu einem Problem für die Viehhaltung und den Erhalt der Almen werden. Statt sie abzuschießen, sollen sie alle besendet werden, damit man jederzeit wisse, wo sie sich gerade aufhalten. Die Grauhunde zu betäuben und ihnen dann einen Halsbandsender umzulegen, sei eine Aufgabe für die Tiroler Jägerschaft, heißt es. Ja und damit sind wir am Ende dieser Newsfolge angelangt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Weidmannsheil.